Für noch mehr Segelspaß bei Leichtwind hat die Firma Grabner den Rollbooster entwickelt. Dieses spezielle Vorsägel ist im Schnitt eines Genackers sehr ähnlich, kann aber zusätzlich auch auf Armwindkursen gesegelt werden. Durch die größere Segelfläche bist du um ca. 30% schneller als mit der serienmäßigen Fock. Im Gegensatz zu einem klassischen Genacker kann der Rollbooster sehr einfach bedient werden. Er wird am Buchsprit an einer zusätzlichen Rolltrommel fixiert und mit einem Pfahl hochgezogen und gespannt. Mit der Endlos-Rolltrommel kannst du ihn einfach ein- und ausrollen. Falls du gerade mit der Fock segelst und auf den Rollbooster wechseln möchtest, dann rolle zuerst die Fock ein und anschließend den Booster aus. Dazu ziehst du einfach zügig an der Leeschut, während du auf Halbwindkurs segelst. Der Wind hilft dir dann dabei, den Booster auszurollen. Damit das Segel vollflächig steht und bei Leichtwind nicht zusammenfällt, wird die Schot über einen Ratschenblock umgelenkt und direkt aus der Hand gefahren. Wenn du mit dem Boot nach Lee abfällst, kannst du den Booster wieder etwas vieren. So sind Kurse bis ca. 55 Grad am Wind und 20 Grad Raumwind möglich. Wenn der Wind zunimmt und auf mehr als Treiber vor auffrischt, dann sind die Segeleigenschaften mit der serienmäßigen Fock besser. Rolle jetzt zuerst den Booster ein und dann das Vorsegel aus. Wenn du länger mit dem normalen Vorsegel segeln möchtest, ist es empfehlenswert, den Booster unter dem Bugverdecknetz zu verstauen. Bei stärkerem Wind stört sonst die gesetzte, eingerollte Boosterrolle vor der Fock. Zudem wird der Booster vor UV-Strahlung geschützt. Du kannst auch einen Beileger machen, um den Booster in aller Ruhe zu versorgen. Wie das geht, zeigen wir dir im Video Sicherheit beim Segeln. Anfangs sollte der Booster immer vom Vorschoter bedient werden. Verwende ihn erst dann alleine, wenn du schon viel Übung damit hast und der Wind leicht und konstant ist. Viel Spaß beim Segeln wünscht dir dein Grabner Sailing Academy Team.